Das Dormuseum Otto-Nanium Magdeburg ist um vier großartige Exponate reicher. Die hochrangigen Textilien aus dem Grab der Königin Editha stammen aus dem 10. bis 13. Jahrhundert. Sie zeigen, dass die Grablege bei Öffnungen und Umwettungen immer wieder neu ausgestattet wurde. Restauriert sind die Stoffe nun zu sehen. Von besonderer Strahlkraft ist ein explosiv gefärbter Seidenstoff aus dem 12. und 13. Jahrhundert, mit stilisierten Vogelpaaren, die aus einem Brunnen trinken. Eingewebte arabische Schriftzeichen weisen das Gewebe dem maurisch-spanischen Kulturkreis zu. Das außergewöhnliche Stück zeigt erneut die stark vernetzte Welt des Mittelalters, in der Magdeburg eine zentrale Rolle einnahm. So die Direktorin der Magdeburger Museen, Dr. Gabriele Köster. Die Editha Textilien hat die Textilrestauratorin Brigitte Dreispringen im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie bearbeitet. Die Kosten dafür betrugen gut 31.000 Euro. Das Projekt förderte mit 21.000 Euro die Stiftungen Kloster unserer lieben Frauen und Klosterberge sowie mit 10.000 Euro der Förderverein Magdeburger Dommuseum e.V. Das Dommuseum Otonianium Magdeburg ist ein Kooperationsprojekt der Landeshauptstadt Magdeburg, der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Die Karte ist ein Kooperationsprojekt.